aber zumindest kein häschen nein nein feile herzen weil es sieht doch schon mal nicht schlecht aus so wie kann ich das jetzt machen ich habe nichts was ich da drauf stellen könnte aber moment moment ich habe ich habe da ich habe eine idee jetzt ist ja hier quasi genau das offen und ich könnte mich ja hier reinfallen lassen um in den krug zu fallen für feen ok dann probieren wir den anderen vielleicht finden wir in dem irgendwas oder kommen wir da in den gleichen raum der nächste raum mit feen oder ist das der gleiche wenn man können wir können wir hier an irgendwas anziehen nein hier nicht auch nicht auch nicht glaube ich dass das nur ein reiner feen raum ist ok aber es gibt noch was und zwar müsste ja jetzt hier in dem raum ja guck mal aber ich muss glaube ich von der anderen seite rein ja oder ah nee jetzt habe ich den stein mitgenommen aber ich brauchte einen anderen stein weil doch den kann ich schieben kann ich nur um einschieben ok also muss ich da wirklich von der anderen seite rein das heißt den ganzen weg noch mal laufen wow 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 wie komme ich da jetzt am schnellsten hin das ist natürlich jetzt eine gute frage erstmal hier nach oben Aua Mach die Tür auf Tür auf Tür auf Komm 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 Ja klau mir nur mein mein Mana meine Energie alles einfach Okay wir warten hier wieder ein bisschen weil äh mein lieber Spieler wollte hier nicht um die Ecke huschen das war ihm dann doch zu glatt Nein hör auf jetzt Weg mit dir so mit euch spiele ich ein anderes Mal möchte nur relativ zügig durchkommen so lasst mich mal gucken äh hier links waren wir ja schon ne äh halt der Schalter war hier rechts wobei wobei warte mal warte mal ok Moment das reicht doch das reicht brauche ich nicht den ganzen weg außen rum laufen so den hätte ich gerne dabei oh du schon wieder ha nein 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 Aua Britzel 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 So erstmal den hier anheben oh ja oh ja sehr schön und das für 5 Pfeile und eine Bombe äh bin sehr begeistert ach halt ich könnte eigentlich gleich den Hammer behalten den brauche ich ja hier auch wieder Gibt es hier irgendwas? Nö erstmal den auf die Seite schieben komm geht doch abwärts Feuerstab Was passiert eigentlich wenn ich jetzt äh ihm eine mit dem Eisstab gebe? Nix Boah alle 3 getroffen Der war schlecht Der auch Oh Mann oh Mann Oh Mann Einen hätten wir Äh Nein Ich konnte nicht auf Start drücken für mein Elixier Oh Wirklich Wirklich Den ganzen Weg nochmal Och ja Das war, das war jetzt dann doch ein bisschen gemein, ne? Ich sollte mir vielleicht, naja, obwohl das bringt mir auch nichts Ich habe ja das Item gebraucht, ne? So, einmal hier lang Einmal hier lang Äh, ja Und die Fee werden wir uns auch gleich, äh, äh, zu Gemüte führen Okay Äh, lasst mir mal überlegen, komme ich nicht auch hier gleich wieder? Ne Ich muss schon einen einen Weg hier gehen Ich muss schon einen einen Weg hier gehen So Einmal hier lang, äh, gleiches Spielchen wie vorhin Und Gegner gekonnt, ignorieren Wenn es denn irgendwie möglich wäre Äh, hätte ich mir eine Bombe auch sparen können Ähm Einmal Zweimal Und du lässt mich jetzt gleich noch draußen Dankeschön So, die Stelle hatten wir ja auch schon Oha Äh Ne, das, das, das ärgerte mich jetzt richtig, ne? Das, äh, hätte echt nicht sein müssen, ne? Dass er mich nicht ins Inventar lässt Irgendwo ein Herz dabei? Ja, dankeschön So, dann sind wir wieder voll So, weiter geht's Aua 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 Hör doch auf! Mit dem Mist Achja, da bin ich genau, da bin ich hier Zack Aber einen Vorteil hat es, wir sind bald wieder da Und dann bekommt der Gegner jetzt endlich von mir eine So, wir sind hier Hier runterfallen lassen Das müsste eigentlich reicher Und jetzt ist er hier wieder Oh, so was aber Fee Fee, Fee, Fee Ach, da musste ich ja den Knopf hier auch wieder drücken, ne? Da war ja was Da war ja was, so Ähm, wie hab ich das jetzt gerade gemacht? Einmal hier durch Einmal hier lang Okay, dann, dann eben nicht, dann, lass mich doch hier Meine Lieblingsstelle wieder Okay, gerade nochmal gut gegangen, ich dachte jetzt schon, ich flieg nach unten Nichts Bekomme ich von euch vielleicht so das ein oder andere Herz? Nö, okay Nö, okay Dann eben nicht So, der Schalter war, glaube ich, hier, ne? Ah Aua Wartet mal, von euch kriege ich doch in der Regel hier Mana, ne? Ha Ah So, abwärts, auf ein neues Mio 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 So Hammer Hammer, 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 Hammer Kann ich denn eigentlich mit dem Feuer noch irgendwas anhaben? Ja, geht sogar. So, das ist aber alles kein Problem. Wieso komme ich hier? Das dauert hier so lang, bis ich ins Menü komme, ne? So, dann hier gleich mal das rote Elixier und meinen Feuerstab wieder. Und wenn es geht, hier nicht so oft daneben schießen. So, warum nicht gleich so? Nö, da muss ich erst wieder hier, ne? 16 Herzcontainer. Ah. Blase, ich danke dir, du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Das Volk der Hylia verfügte über magische Kräfte, ebenso wie die sieben Weiser. Nur ging das Wissen um diese Kräfte im Laufe der Zeit immer mehr verloren. Selbst wir, die direkt von den Weisen abstammen, verfügen nur noch über geringe Kräfte. Doch wenn sich der Mut der Ritter mit der Weisheit der Weisen verbindet, sind diese Kräfte so stark wie ehemals. Und es bleibt nur noch ganz wenig Zeit, bevor sich das Tor zwischen den Welten vollständig öffnet. Du musst Ghanom bezwingen, dann wird die Schattenwelt wieder zum goldenen Land und das Triforce stellt seine Kraft in den Dienst eines neuen Meisters. Wir vertrauen auf dich, Blaze. Ja, aber natürlich habe ich alles verstanden, ne? Löge den Weg des Helden zum Triforce führen. Zack. So, einmal in die Lichtwelt, bitte. Geh weg. Lass mir bloß meine Rubine in Ruhe. So, und dann würde ich noch gerne hier das eine Herzteil haben, ne? Das hier. Aber da brauche ich erstmal irgendwo einen Teleporter oder so. Oder irgendwo einen Weg, wo ich hier ins Wasser komme. So. Ähm, ich sehe es sowieso gerade. Wir sind schon wieder bei einer Stunde. Dann würde ich auf alle Fälle mal sagen, ich werde hier für heute die Aufnahme beenden. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von The Legend of Zelda A Link to the Past.